Servus! Ich möchte gleich weitermachen mit unserem nächsten Kraftstoffzusatz, nämlich unseren Benzin-Einspritzanlagenreiniger. Der Benzin-Einspritzanlagenreiniger wurde abgestimmt eben auf sämtliche Einspritzanlagen, die wir am Markt haben. Dazu möchte ich gleich das Wort übergeben an den Heiko. Was sind deine Erfahrungen beim Einsatz des Produktes? Es gibt ja verschiedene Ausführungen der Einspritzanlagen, sei es L-Gedronik, LH-Gedronik, K-Gedronik, KE-Gedronik. Es sind verschiedene Varianten, die es auf dem Markt gibt. Natürlich umso moderner und umso älter diese Einspritzanlagen sind, umso mehr profitieren die natürlich auch von diesem Reiniger. Ganz speziell diese Komponenten von Einspritzdüsen, was wir dazu haben. Dann diese bei KE-Gedronik sehr speziell Pumpenelemente, die ganzen Steuerelemente, was sehr gerne verkleben mit der Zeit. Das ist natürlich extrem profitierend von diesem Reiniger. Ja Heiko, ich habe, bevor wir das Produkt eingeführt haben, natürlich Langzeitstudien gemacht. Insbesondere mit Verträglichkeiten der Materialien der Einspritzanlagen. Das geht jetzt schon über sehr, sehr viele Jahre. Und die Ergebnisse zeigen, dass wir hier keinerlei Eingriff oder Veränderungen der Dichtungsmaterialien haben, insbesondere auch der Werkstoffe. Wir haben mit diesem Produkt die Möglichkeit, eben auch bei Einspritzanlagen eine perfekte Reinigung und einen perfekten Betrieb zu gewährleisten. Ein weiteres detailliertes Video finden Sie in der Videobeschreibung. ту Dein Untertitelung des ZDF, 2020